Mein Herz schlägt rüh, rüh, weiß, rüh, weiß Kann ich wieder zurückgehen eigentlich? Die Taschenlampe, Leon, du siehst die Batterie, ne? Hast du sie ausgeschaltet? Ja. Wo kriegt man denn neue Batterien her? Entweder eine Batterie oder eine ganz neue Taschenlampe, ne? Das kann ich ja nur um Sekunden halten, bis sie dann weg ist. Das ist ja ein geiler Raum, oder? Der macht brav. Geil. Was ist da hinten noch? Wir müssen ja hier irgendwo einen Schlüssel finden, da muss er einen Raum. Ach, da ist ja noch einer. Eine Batterie vielleicht auch mal? Safe kommt er gleich wieder, Jürgen, weil das wieder zu klein ist. Wirst du denn, der kommt ja nicht durch die Türen. Der kann sich nicht. Oh, das sieht ja verlockend aus. Ja! Der Flashlight is dead. Aber das Gefühl, dass das schon spielgut. Ja. Ja. Überall schimmriges Licht plötzlich. Gar nichts. Ich glaube nicht. Ich würde auch eigentlich gar nicht hingucken, aber ich bin irgendwie, ich bin ein gutes Fahrwasser gerade. Die Flasche um die Drehung passt. Wir laufen einfach weiter, oder? Run! Boy, run! Du bist einfach nicht gesprintet, glaube ich. Ich bin gesprintet. Nein, es hilft nicht. Ja, du musst ja manchmal wieder neu drücken. Du bist nicht gesprintet. Ja, ich bin davor die ganze Zeit, dann habe ich Schiff gedrückt, der hat einfach nichts gemacht. Ja, aber Jürgen, jetzt hat Jürgen dich von hinten genommen. Oh, ne, kommt er. Ich kann gar nicht nur was rein. Hä? Was muss ich denn tun? Muss ich ins Feuer rennen? Muss ich mich selber verbrennen? Ich raff's nicht. Ich auch nicht. Hä? Was muss man denn da machen? Ich raffe es nicht. Vor allem, der kommt ja auch irgendwie, der kommt gefühlt immer früher. Ja, aber man sieht ihn halt nicht. Das kommt auch noch dazu. Wir haben diese komischen Effekte, dann kommen die noch ein zweites Mal und dann ist vorbei. Ja, geh da mal, wenn du jetzt IGIF abklickst, das ist ja trotzdem gespeichert, oder? Dann geh mal auf die Kapitelauswahl. Wir werden gucken können, welches das ist. Mustache Selection. Wow, ist das letzte Level. Neu. Der Arrival haben wir eben gemacht. Wir spielen halt einfach Slender durch und das auch noch viel weniger, als ich gedacht habe. Guck mal, alleine das hier war ein Level. Dass du zu einem Ding da gelaufen bist. Da musst du nur nix machen. Da musst du die Dinger einsammeln und fertig. Digga, warum ist das gerade so laut? Warte mal, geh mal auf Back. Wo ist Back? Oben. Und mach mal die Lautstärke. Digga. Dann klick mal drauf und mach das da hin ungefähr. Ja. Alter. Was für ein Hörchen, ey. Ja, der setzt sich manchmal zurück mit der Lautstärke. Guck mal, Felix, kann man eigentlich spenden? Nein, Luca, wir müssen das hier nochmal machen. Oh, nee. Als ob du da, oh. Hast du auf der Arrival geklickt? Ja, warte, ich kann noch mal... Exit Game. Exit Game. Wie kann das nur das Spiel beenden? Was ist geschehen? Mutter. Kann man eigentlich spenden? Wollt auf Ehre machen, weil ich letztes Mal eine Werte verlor. Ach, mach für den Enter. Drück mal, äh, Enter. Das ist nicht Enter, aber okay. Ja, Felix, man kann donaten. Es gibt hier in der Beschreibung, gibt's einen Spenden-Link. Da geht das. Du weißt, wohin, ne? Ja. Oh, nee, als ob. Dann, äh, wir wollen das Spiel ja durchspielen. Oh, Mann. Das war einfach nur ein Nervös. So, Leute, ihr wollt schon immer mal einen Speedrun von Slenderman sehen. Müsst ihr jetzt ganz genau hingucken. So, wir wissen ja, wir müssen kurz Austausch aufladen, wenn das so geht. Und jetzt, ja, da gib ihm. Ja, Baum fällt. Moin, Meister. Da ist der Mast. Da wollen wir mal hin. Aua, aua. Lauf irgendwann straight den Berg hoch. Da, nicht lang. Ja, ja, zünd mich an, nochmal. Ja, wo ist er denn? Hallo. Hallo. Der Kommentar vom Allerfeinsten. Wo ist der Mast? Ja, Bruder, lass mich. Ja, entspann dich. Ne Rift. Einfach das Ruse Wald. So. War es hier zu schwer, Levan? Ne. Ich schmeiß rüber, die Ball. Digga, du Mast hast da eben so einen Film von gemacht. Alle Leute, wir sehen hier, wer der krasse ist. Ja, Digga, der hat mir noch zehnmal den Weg abgeschnitten und ich wusste halt nicht, wohin. Slenderman kommt jetzt am Ende hier gar nicht mehr, Alter. Nee. Ich bin nur Jürgen, jetzt. Jürgen, Alter. Let him go and fall. Nein, nein, nein. Das ist immer frei, denn es ist Sommer. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Das ist auch, glaube ich, genau richtig so. Wir sind schon weiter als eben. Ist das der Room? Da sitzt er. I failed you. Ne, was ist das denn, Alter? Jürgen? Dramatisch umgehen. Leid unspektakulär. Seid vielleicht hinter dir. Ich bin so sorry. Dramatisch umgehen. Ich bin so sorry. Ich bin so sorry. Ich bin so sorry. Ich bin so sorry. Ja, ist gut. Oh, Jürgen. Hallo? Ich glaube, das war gut. Jürgen. Oh, Gott. Ich habe es gehofft. Geh einfach. Tschüss. War nett mit dir, Jürgen. Ich will sehen, dass ich etwas in meinem Haus habe. Ich habe mich über meine Sonn. Ich habe ihn zu gehen. Ich habe ihn mehr und mehr zufrieden. Ich sehe ihn. Ich habe ihn nicht mehr. Ich kann ihn nicht mehr sein, aber es ist so real. Everywhere ich gehe, ich höre sein, aber es klingt wie es zufrieden. Ich habe ihn nicht mehr, wie es nicht der Sonn, ich weiß. Ich kann eschneiden. Das Mann, das Ding. Er taunts mich. Er hat mich. Am ich das zu mir selbst? Was es mein Falt? Charlie disappeared. Ist das mein Trailer? Oder mein Punishment? Ich muss es enden. Ich muss es. clean this place. No more suffering. No one deserves this. It all ends here. It all needs to go. Kannst du da noch irgendwo lang gehen? Ansonsten lauf gleich mal in den Rhein. Jürgen, wir machen das gleich. Wir regeln halt gleich eben. Oh, er hat Jürgen einen Bart. Ich kann sich den Bart einlassen. Oh Gott. Oh, was ist das überhaupt? Kate, this is pretty exciting, isn't it? The film mystery, the missing boy, the sighting, the arson. I'm glad I get to share this adventure with you. I can't help but feel sad for Mr. Mephsson. Yes, it's a fucking name, Alter. He lost so much. I wish he would have just let me in to help him. The way you're helping me, maybe I could have saved him. Ich weiß, wie Fehler lesen in English, nicht mehr raus. Since I couldn't help him in life, maybe I can help him now. I promise to find out what happened to his son. Perhaps that will put his soul at peace. Thanks again, Kate. I look forward to our adventures. See, R. Alles klar, weinende Menschen. Ich bin raus. Also raus. Ich dachte, es ist vorbei jetzt. Ich hasse es. Ich kann nicht kommentieren, aber bei heulenden Leuten finde ich es so unfassbar gruselig in Horrorspielen. Ich bin immer lauter. Ich bin immer lauter. Lauter. Wer ist sie denn? Das war nicht Jürgen, Alter. Das war Jürgens Tochter. Ein wieder richtig. Was ist das? Ist das ein Kopf? So soll ein Kopf sein. Alles klar. Ein Bier werden weggezogen. Das ist die Kamera, die jetzt liegt. Die Frage wäre, wer die Kamera gefunden hat. Aber die Rolle war doch die, erinnerst du dich noch, ganz am Anfang, als wir im Prolog waren und du da durch diesen Wald gelaufen bist noch. Da war doch auch einmal links dieses kaputte Haus. Da war die doch auch einmal drin. Ja. Das ist immer noch gestorben. Das war bestimmt wieder. Das war bestimmt das Haus. Das war auch die, die in den Minen einen Verfolgter hat. Ja. Da kam auch das Bild. Das war nicht Jürgen in den Minen. Das war Jürgine, wie Tom gerade reinschreibt. Jürgen war also... Ah. Ja, das ist mein erstes Horrorspiel, was ich durchgespielt habe mit dir. GG, Alter. Ah, das tut gut. Thank you, Travelling. Ich habe auch im Internet immer nur für dieses Spiel so schlechte Kritiken gelesen, weil er so viel mehr Potenzial hätte. Aber so als Horrorspiel-Einsteiger finde ich das doch gar nicht so schlecht. Was heißt Einsteiger? Das klingt so, als würde ich jetzt noch die größten Kracher spielen. Wie sonst was. Also was wie, wie, wie heißt es denn? Äh, Resident Evil kannte ich einfach überhaupt nicht, weil, erstens, ich hasse Zombies. Und zweitens, du wirst ja so oft verfolgt von irgendwelchen Zombies, ich würde da so nervös, wenn mir richtig die Pumpe gehen. Na, da wäre aber komplett vorbei bei mir. Und wer hat da alles mitgearbeitet? Oh, sehr schön. Ja, Greenscreen noch die ganze Zeit zwischen uns, ey. Geil. Wir sind eigentlich nebeneinander, aber ich sehe dich halt nicht. Ich will den Anfasen hier. Wo bist du denn? Ich kann die, ich kann die entfernen und nicht einschätzen. Da bist du. Hast du das? Hallo. Getroffen. Bin irgendwie Tiefhänger. Spielst du nochmal? Ja. Sag mal, wir haben die Steam-Brille bestellt. Warten seit drei Wochen darauf, dass wir bezahlen können. Wow. Ja, als ob ich das nochmal spiele. Das macht er nicht mal. Warum denn? Ich meine, wir kennen jetzt alles, wir kennen die Story und so. Macht er wenig Sinn, das nochmal zu spielen. Wenn dann irgendein anderes Slender spielt oder so, könnte man spielen. Ja. Nepal. Ja. Wenn dann. Ja. 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 Vielen Dank.